Sub-Zero Kann er mich hören? Er sollte es Sub-Zero Ja, Smoke Wie fühlst du dich? Was stimmt nicht? Ich erinnere mich Die Dinge, die ich für Shaukan getan habe Ihm darf nicht erlaubt werden, die Reiche zu vereinen Hey Oka, wie kann uns Sub-Zero am besten helfen? Ich weiß es nicht Meine Versuche zukünftige Ereignisse zu verändern hatten negative Folgen Sub-Zero hätte diese Verwandlung nie erleiden sollen Wenn wir ihn einsetzen, könnte das den Zeitfluss noch weiter ablenken Wir brauchen Infos, oder? Schicken wir ihn als Agenten zurück in die Außenwelt Sie werden nicht von meinem Überlaufen wissen Ich könnte sie täuschen Das Erdenreich ist aber Es wird nicht vermisst werden Sehr Wir werden zurückkehren Du kommst spät Wo ist der Eindringling? Ich habe ihn im Erdenreich getötet Er hätte verhört werden sollen Er war beeindruckend gut Mir gibt keine Wahl Folge mir, wir müssen eine neue Mission einführen Wir müssen eine neue Mission einführen Unmöglich Die Erfahrung wurde aus deinem System gelöscht Entferne dein Zugriffspan Dein Problem wurde beschädigt Meine Seele wurde beschädigt Jetzt ist die Halle Round One Fight Die 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 Was ist das? Sub-Zero 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 Künstliche Verbesserungen sind kein Ersatz für eine menschliche Seele. Künstliche Verbesserungen sind kein Ersatz für eine menschliche Seele. Thor Endlich! Komm, wir müssen sie zum Friedhof in Saint Dominic bringen! Aufstehen! Alle zusammen! Aus welchem Grund? Ist mir egal, solange ich bezahlt werde. Er hat Aufstehen gesagt! Komm! Hoch! Steh auf! Hey, was machst du da? Ich helfe dir. Haut ab! Alle zusammen! Los! Gehen wir! Los! Dein Verrat wird bestraft werden. Gehen wir! Los! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kintaro wins Round 2, Fight Rund 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das? 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 Was ist das?